Ich danke euch alle fürs Dabeisein, insbesondere den Rednerinnen und Rednern, die wir heute hatten. Der nächste Netzpolitische Abend ist am 3. Juni, wieder der erste Donnerstag im Monat. Und wenn ihr ganz liebt seid, bitte helft uns noch diese ganzen Stühle hier wegzuräumen und holt euch ein Bier. Danke.